Grüß Gott, meine Damen und Herren. Der Müll-Opa, das bin ich, macht ja keine Witze. Manchmal macht man Sprüche, ironischer Unterton, aber Richtiges, mir ist chronisch schwindelig, deswegen muss ich mich in der Mittagspause ein bisschen hinlegen, damit ich den Arbeitstag durchhalten kann. Erstens. Zweitens, personell sieht es in den anderen Ämtern des Landkreises Böblings nicht so gut aus. Personalmangel eher chronisch aus meiner Sicht oder akut oder gar nicht. Also ich bin der Meinung, wir haben Personalmangel oder in den Gemeinden, aber beim Müll nicht so. Das ist mir aufgefallen aus dienstlichen Zusammenhängen. Oder man hält sich ein bisschen zurück, vielleicht kriegt man auch noch von anderen Behörden noch welche, spendiert das, glaube ich, weniger. Wir haben nämlich anspruchsvolle Tätigkeiten in unserem Team, in diesem Sinne auf den anspruchsvollen Dienstag und nach einer Minute, wissen Sie, fallen wir in den Tiefschlaf, so wie Sie und ich. Tschüss.